Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Urknall, Wälder und das Leben. Heute gibt es ein Update aus der Fusionsforschung. Ganz aktuelles Thema, Leistungsabfuhr, Wärmeabfuhr aus magnetisch eingeschlossenen Fusionsplasmen. Der Anlass ist, dass wir an unserer Forschungsanlage zusammen mit einem Team von Gästen von der Uni Wien einen sehr schönen Erfolg erzielt hatten und den auch veröffentlicht in der Fachzeitschrift, Physical Review Letter. Und wie das dann manchmal so geht und Dynamik aufnimmt, ist dieses Papier sozusagen plötzlich in der Presse aufgetaucht. Und ich habe sogar Anfragen dazu gekriegt und ich finde es ganz interessant, sozusagen mal ein bisschen zu beleuchten, was da dahinter steht. Es haben einige von euch auch schon direkt gefragt, zum Beispiel mir E-Mail geschickt und da Interesse geäußert. Und ich zeige mal, hier zum Beispiel, das ist ORF, schreibt neue Lösungen für das Instabilitätsproblem. Fusionsreaktoren sind große Hoffnungsträger als Energiequelle der Zukunft und dann etc. geht es um genau dieses. Da habe ich noch gedacht, na gut, österreichisches Team ORF, ist ja klar, dass die vielleicht darüber berichten. Aber dann hat eine amerikanische Wissenschaftlerin in einer Fachzeitschrift über diesen Artikel gesprochen und das fand ich ganz interessant. Das ist dann aufgetaucht in einem Magazin namens Business News. Hier, also die Titelseite davon. Und auch da ging es um diesen Artikel. Controlled chaos may be the key to unlimited clean energy. Klingt super. Und dann habe ich hier noch was Drittes und das ist einfach ein Schnappschuss sozusagen von meinem Facebook-Account. Und auf dem sieht man unseren Astex Upgrade, sozusagen ein Bild vom Plasma und ein Bild vom Inneren davon. Und dann habe ich gedacht, wenn es mir sogar auf Facebook als Neuigkeit vorgeschlagen wird, dann muss es ja echt populärwissenschaftlich interessant sein. Also, geht es heute um Wärmeabfuhr, Leistungsabfuhr aus magnetisch eingeschlossenen Fusionsplasmen. Das gibt mir auch die Chance, was anderes zu erklären, wo öfters mal nachgefragt wird, nämlich was ist denn eigentlich der Divertor. So, und jetzt kommen wir also zu was ich knüpfe an, an ein Video, was ich glaube vor einem halben Jahr gemacht habe, wo es um Astex Upgrade ging, was sind die Themen, an denen wir an Astex Upgrade forschen. Also, wir haben ja hier das magnetisch eingeschlossene Fusionsplasma. Da gibt es die magnetischen Flächen und dann ist das hier unser Torus, der hier so rumgeht. Und da sind die magnetischen Feldlinien. Und ich hatte schon drüber geredet, das Plasma wird stark geheizt. Also, größenordnungsmäßig an unserem Experiment 20 Megawatt oder sogar mehr. Und hier im Zentrum ist es sehr heiß und dann gibt es ein Temperaturgradieren. Die Temperatur fällt ab nach außen. Aber es gibt natürlich einen Transport sozusagen. Und das heißt, die Wärme, die wir da drin deponieren, die fließt letztlich nach außen. Und solange das hier diese geschlossenen magnetischen Flächen sind und sich darauf die Wärme verteilt, ist das kein Problem. Aber irgendwann kommt die Wärme hier am Rand an und dann ist die Frage, wie kommt die Wärme an der Wand an. Und da gibt es zunächst das Prinzip des sogenannten Limiters. So war das, als die ersten Tokamaks ersten Fusionsanlagen gebaut wurden. Nämlich mal sage ich, ich definiere mir die Wand, indem ich ein Stück Material hier hin tue, also typisch so einen Kohlenstoffblock, sogenannten Limiter. Den schiebe ich da bis zum Plasma-Rand. Das definiert mir den Plasma-Rand und alle Wärme und Teilchen, die da drüber rausgehen, über diese letzte kreisrunde Fläche, die kommen auf diesen Limiter drauf. Und das heißt natürlich, dass der Limiter extrem stark wärmebelastet ist. Also was passiert ist, dass man am Schluss die vielen Megawatts da rausleitet und dass die direkt auf den Limiter draufgehen. Das heißt auch, dass der Limiter sehr heiß wird, dass da sich Teilchen vom Limitermaterial, Kohlenstoff zum Beispiel, früher ablösen können und ins Plasma reinkommen und da direkt zu Verunreinigungen führen. Und letztlich ist das ein Konzept, das nicht zu einem Fusionsreaktor führen würde. Also erstens ist die Wärmelast extrem hoch. Ich habe, glaube ich, schon mal gesagt, die wird so größenordnungsmäßig sein, so wie der Wärmefluss auf der Oberfläche der Sonne. Also irgendwie so 50 Megawatt pro Quadratmeter oder sowas, wenn man das in so einer Konfiguration macht. Und dann ist das Ganze so nah am Plasma dran, dass es halt sehr heiß ist und deshalb Teilchen, die dann losgelöst werden, direkt reinkommen. Und deshalb hat man sich Anfang der 80er Jahre was ganz Tolles überlegt, den sogenannten Divertor. Den sieht man auch immer auf allen Bildern. Ich zeige vielleicht nochmal mein Bild von Facebook. Unten, also auf dem rechten Bild, wo das Plasma sozusagen am Leuchten ist, sieht man unten diese zwei Ringe. Das ist, wo das Plasma sozusagen die Wand berührt, nicht etwa im Hauptraum oben irgendwie, sondern unten an dieser Stelle. Und man sieht auch auf dem technischen Bild links, auf dieser Aufnahme ohne Plasma, dass da unten extra so Ringe sind, wo sozusagen das Plasma mit der Wand in Wechselwirkung treten kann. Also wie kommt man vom Limiter zum Divertor? So, also jetzt verzichte ich mal auf die dreidimensionale Struktur und zeige mal nur die in sich geschachtelten Flussflächen und wir denken uns, dass das hier der Torus ist. So, und jetzt habe ich da die Limiterstruktur von außen dran geschoben gehabt, um einen Plasma-Wandkontakt herzustellen. Jetzt muss man da dran denken, im Togamag fließt ja ein relativ starker Strom, der hier so reinfließt in die Achse und das heißt, der erzeugt ein Magnetfeld. Und wenn er in die Achse reinfließt, dann erzeugt er ein Magnetfeld. Was hier so rumgeht, das heißt, wir haben die poloidale Komponente vom Magnetfeld in die Richtung, die toridale geht rum und insgesamt gibt es die verschraubten Feldlinien. Jetzt kann man sich clevererweise überlegen, dass man hier unten eine Spule anbringt. Also es ist eine Spule, die hier umläuft und in der Spule fließt ein Strom, der auch in die Tafelrichtung reingeht und wenn ich jetzt hier mir das Magnetfeld angucke, dann sehe ich schon, das Magnetfeld, das um diesen Strom, um diesen Leiter rum geht, das zeigt jetzt genau in die andere Richtung und das heißt, irgendwo hier zwischendrin gibt es eine Stelle, wo sich die beiden poloidalen Magnetfelder aufheben. Das hier so anzeichnen und da gibt es hier einen Punkt, das ist der sogenannte X-Punkt und in dem Punkt ist das Magnetfeld 0 und dann ergibt sich eine magnetische Fläche, die so aussieht. Das ist eine sogenannte Separatrix und alle Feldlinien, die innerhalb verlaufen, sind geschlossene Flussflächen und da ist das Plasma heiß drauf und schwebt sozusagen und alle Feldlinien, die jetzt außen sind von der Separatrix, die gehen nicht etwa direkt an die Wand, sondern wenn ich das jetzt außen weiter zeichne, dann sieht das so aus und wenn ich jetzt daran denke, dass die Feldlinien hier um den Torus rumlaufen, dann heißt das alles, was über diese Separatrix rausgeht, das fließt sozusagen mit vielen Umläufen hier runter und letztlich auf die Divertorplatten. Also wenn ich mir das so vorstelle, dann habe ich jetzt den Wärmefluss, der direkt auf die Wand geprasselt ist, umgeleitet nach hier unten in den sogenannten Divertor, Divertieren, deshalb heißt das auch Divertor und hier unten im Divertor kann ich jetzt gezielt die Plasma-Wandwechselwirkung machen. Da bin ich weit entfernt vom Hauptplasma, das heißt, wenn hier Verunreinigungen entstehen, dann ist das kein großes Problem mehr, sondern können die einfach hier unten sozusagen abgepumpt werden, neutralisiert und abgepumpt werden und noch besser, diese und diese Stelle sind ja über magnetische Feldlinien verbunden und wenn die Feldlinien sehr oft im Torus umlaufen, dann kann ich tatsächlich dafür sorgen, dass ich auf dem Weg Leistung rausnehme und schon strahle, sozusagen abstrahle und dann geht die Temperatur runter und wenn die Temperatur runter geht, aber längs der Feldlinien der Druck konstant sein muss, dann geht die Dichte hoch. Und das heißt, ich habe hier unten ein N-Divertor, also eine Dichte, eine Zeilchen-Zahldichte mal eine Temperatur vom Divertor und ich habe hier oben ein N-Plasma-T-Plasma und das Produkt von den beiden ist gleich, weil das nämlich gerade der Druck ist. Also das ist gleich dem, ist der Druck, aber die einzelnen Bausteine sozusagen in dem Produkt, die kann ich sehr wohl verändern. Und hier unten ist eine sehr hohe Dichte und eine sehr niedrige Temperatur, was gut ist, weil die Teilchen dann sozusagen nicht viel Schaden anrichten können auf dem Material. Und hier oben habe ich eine hohe Temperatur und eine niedrige Dichte, denn ich will ja hohe Temperatur haben, damit ich hier auf meinen Wert im Zentralplasma komme. Und diese Divertor-Konfiguration, die ist tatsächlich sehr erfolgreich geworden. Also praktisch alle Togamaks, die nach den 80er Jahren als das erste Divertor-Experiment erfolgreich gestartet wurde, hier bei uns im Institut, ASTEX, axial-symmetrisches Divertor-Experiment, und alle Togamaks, die da nachgebaut worden sind, haben so eine Divertor-Konfiguration und der ITER, der hat das auch. So, und damit wäre die Geschichte zu Ende. Es hätte ein Happy End, wenn nicht das Plasma am Rand Instabilitäten hätte. Und damit beschäftigt sich jetzt diese Arbeit, die ich vorhin zitiert habe. Und die Instabilitäten, die sehen so aus. Ich zeichne mal auf, wie der Druck aussieht. Das zeichne ich jetzt mal außen raus. Wenn ich also den Druck aufzeichne als Funktion vom Radius, hier ist der Radius, da ist der Druck. Das heißt, der Druck, der ist ja im Zentrum hoch und am Rand niedrig. Das heißt, das muss irgendeine Funktion sein, die hier zum Rand abfällt. Und ich habe das schon ein bisschen so gezeichnet, aber wenn man es sich wirklich anguckt, dann sieht es eher so aus. Der Druck ist ganz steil am Rand. Das ist toll für uns, weil wir da steile Gradienten haben, kriegen wir ganz hohe, sozusagen, es hängt mit der Turbulenz am Rand zusammen, die da niedriger ist, kriegen wir ganz hohe Gradienten und dann geht es hier so zum Zentrum rauf. Und in so einer Situation, wenn man die steilen Gradienten am Rand hat, dann hat man natürlich einen super Einschluss, also sehr gute Wärmeisolation. Und andererseits ist das ein starker Druckradient, ist eine treibende Quelle für Instabilitäten. Und was dann passiert, ist, dass sich hin und wieder vom Rand in so einer kleinen Instabilität Plasma ablöst und hier über die Separatrix rausgeschleudert wird und dann hier runter fließt und auf den Platten hier unten, auf den Diverterplatten auftaucht. Und das ist in unserem Astex Upgrade kein Problem, sozusagen, weil diese kleinen Energieausbrüche nicht so groß sind, dass sie irgendwas gefährden können. Das sind sogenannte Edge-Localized-Modes, ELMS, von denen handelt das Papier, über das ich heute rede. Aber in so einer großen Anlage wie ITER oder einem Fusionsreaktor wäre das ein Problem. Und ich zeichne das mal so ein bisschen überspitzt hin vielleicht hier. Also wenn ich hier die Funktionen aufzeichnen würde und hier den Energiefluss, der aus dem Plasma rauskommt, dann ist der halt hier unten an der Platte nicht kontinuierlich. Da gibt es immer so Spikes. Das heißt, es geht so, der Energiefluss geht da so kontinuierlich hin und dann kommt wieder so ein Riesen-Burst, wo Energie runtergeschickt wird und dann geht es wieder gemütlich weiter. Das ist übrigens gar nicht so unähnlich in der Physik zu den Solar-Flares, die die Leute vielleicht kennen von der Astrophysik, von der Sonne. Man sieht auch an der Sonne am Rand Ausbrüche, sozusagen, wo Material rausgeschleudert wird, in dem Fall dann halt ins Weltall und nicht auf irgendwelche materiellen Platten. So, und das Problem ist jetzt, wenn man das extrapoliert von unserer Maschine zu ITER oder zu einem Demonstrationsreaktor, dann hätte jeder von diesen Elm-Ausbrüchen, von diesen Bursts, das Potenzial, da unten was zu beschädigen im Deverteil. Das heißt, man will die Dinger loswerden. Und gleichzeitig will man aber diesen steilen Gradienten da halten und das widerspricht sich jetzt ein bisschen. Der steile Gradient ist toll, weil der große Wärmeisolation bedeutet und andererseits treibt er diese Instabilität. Und eigentlich, wenn man versucht, eine Instabilität wegzukriegen, dann würde man sagen, okay, ich muss diese Instabilität nehmen und ich muss die irgendwie unterdrücken, sodass es stabil wird. Und das kann man versuchen. Und da gibt es auch Methoden, wie man sowas hinkriegt. Aber da passiert immer wieder, dass, wenn man es nicht sehr gut stabilisiert, dass immer mal wieder so ein großer Elm, so ein großer Burst zwischendrin kommt. Und das wäre jetzt in einer Anlage, wo einer von denen schon dazu führen kann, da unten was zu beschädigen, eigentlich eine Katastrophe, wenn das passieren würde. Und jetzt setzt ein, was die Kollegen aus Österreich gemacht haben. Die haben gesagt, lass uns doch mal was anderes machen. Das ist ja ein nicht-lineares System, was sich selbst organisiert, sozusagen. Immer so ein Ausbruch und dann wieder ein Aufbau von Energie und ein Ausbruch. Lass das mal kitzeln und instabiler machen. Und die haben die magnetische Konfiguration verändert. Und die haben die so verändert, dass hier unten die Stabilität des Plasmas verändert wurde, sodass das Plasma instabiler geworden ist. Und das führt jetzt nicht dazu, dass da so ein riesiger Elm, so ein Ausbruch kommt. Sondern das führt jetzt dazu, dass man andauernd solche kleinen Mini-Ausbrüche hat. Und das sind dann nur noch so Filamente, die ständig da rausgeschleudert werden über die Separatrix. Und der Druckgradient ist praktisch noch der gleiche wie vorher. Aber wenn man sich den Zeitverlauf aussieht und anguckt, dann sieht es so aus. Da sieht man praktisch kontinuierliche Energieabfuhr da drin. Muss natürlich im Level etwas höher sein, weil ja das Integral da drüber, also die Fläche da drunter, gleich sein muss wie mit diesen Bursts. Und wenn man sich das anguckt, da sieht man jetzt schon, es ist die große Energiebelastung weg. Und trotzdem hat man noch diese steilen Gradienten. Und das ist jetzt so ein Trick, mit einem nicht-linearen, selbstorganisierten System umzugehen, der eigentlich ein bisschen counterintuitiv, kontrainduktiv ist. Man macht eine Instabilität sozusagen dadurch, beseitigt sie dadurch, dass man sie noch instabiler macht. Und dass die dann sozusagen in so eine kontinuierliche Geschichte überwacht. Das heißt dann auch quasi kontinuierliche Leistungsabfuhr und ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Und die sorgt jetzt dafür, dass es nicht passieren kann, dass hier so einzelne Energiebursts kommen, die letztlich hier was beschädigen würden. Gut, das ist der Hintergrund von diesem Papier. Ich hoffe, das hat euch auch ein bisschen geholfen zu verstehen, wie der Divertor funktioniert und wie hier die Leistungsabfuhr raus funktioniert. Schreibt ruhig Kommentare drunter, auch wenn ihr noch weitere Fragen dazu habt. Ich gucke immer mal wieder durch und versuche auch zu beantworten, was gerade aktuelle Fragen sind. Bis zum nächsten Mal. b